Willkommen zurück zu einer weiteren Folge What Reminds of Edith Finch. Ich freue mich, dass ihr immer noch zu guckt, wie geht es weiter. In der letzten Folge ist ja der Walsher gestorben, nachdem er nach 30 Jahren aus dem Bunker kam. Ich weiß nicht, ob ich das sogar sogar schreibe. Sieht so cool aus. Mal runter. Ich stöpfe sie jetzt doch. Was ist damit gemeint? Ist sie jetzt doch gestorben? Und sind wir jemand anderes? Oder sind wir jemand, der das erfährt? Sind wir quasi das Kind, was jetzt im Bauch ist bei ihr? Und Wiesen quasi. Ich lichte dir auch deine. Was hat das so bedeuten? Wir werden es bald erfahren. Ich weiß nicht, was das ist. Was ist das? Die Musik ist gerade so schön, aber auch so traurig. Was ist das? Die Musik ist wahrscheinlich nicht. Was ist das? Ich glaube, die Menschen in diesen Storyen vertraut anderen, für was das ist. Wir lassen hier. Wir lassen das nicht. Wir lassen es. Das war's für heute. Das Spiel ist schon sehr traurig. Aber auf der anderen Seite ist es so geil gemacht, ins Detail, die Grafik, allgemein dieses, man ist, man fühlt einfach mit und es ist so liebevoll, ins Detail gestaltet. Das ist so geil. Ich glaube, wir sind durch die Todes für so lange, wir haben einfach gewohnt. Das kann ich nicht sein. Eine gute Frage. Das ist also der Tierfriedhof. Lucy, der Hund, Daisy, Charlie, Tucker, Coco, Zoe, Furpy, Churpy, Furpy, Blurpy, Zerpy, Blurpy und Derpy Junior. Oliver, Bob, Shadow, die Katze, Christopher, der Fisch, ach der Fisch von Molly, von Folly, okay. Oliver, ein Hase, Bob, auch noch ein Mensch, ein Frosch, da steht nichts drauf, Bailey. Sven built the house, but it was Edie who designed the cemetery. Und hier sind dann die, unsere Verwandten, unsere Familie gestorbenes, Molly Finch. Die Molly, ja, das sind Jahre alt. Und der Katze. Corbin Finch. Das Astronaut. Sven Finch, der das Haus gebaut hat. Der Säge. Edie Finch. Und Dimbo. Gibt es ein Wort? Gibt es ein Wort? Walter Finch. Und den Stein. Barbara Finch. Und den Sternen. Das sind Kinderstarten. Das ist so bitter, einfach. Das ist so bitter. Das ist so bitter. Das ist so bitter. Ich bin sicher, Odin's monument hat been Edie's idea. Meine Mutter war immer wieder zu gehen. Aber für Edie, die past nie einfach nicht weg. Sie können es sehen, wie es aus der Wasser geht. Wir gehen da jetzt sofort hin, Moment. Okay. Können wir da durchgucken? Geil! Jetzt können wir gucken was das ist. Edie sagt, sie dreamed about the old house every night. Das ist das alte Haus! Das ist also das alte Haus, was sie damals gebaut haben, bevor das gebaut werden muss. Und die Brühe ist natürlich auch da. Die Brühe ist immer besser für mich zu verstehen. Die Brühe ist immer besser für mich. Ich kann sehen, wo meine Mutter kommt. Die Brühe ist immer besser. 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 Die Brühe ist immer besser für mich. Den Gregory haben wir noch gar nicht gehört, ne? There are so many things I wish I could ask my mom now. Part of me thinks this is what she wanted all along. For me to come back someday. And find everything out for myself. Das gefütten wir jetzt nicht, wenn wir das hier überrufen. Ich mag sowas überhaupt nicht. Ich bin immer gründlich bei solchen Spielen, bei jenen Spielen eigentlich. Aber jetzt schau ich zurück auf die Spiele. Die waren wir doch am Anfang mit der Katze Molly, ne? Wenn sie mir gesagt hat, dass es so viel Climbing gibt, Mädchen, du hast ... du bist schwanger. Ich würde niemals kommen, wenn ich 22 Wochen pregnant war. Was machst du denn? Bist du bescheuert? Ja, ja, nein! Guck mal, du hast ein Kinn im Bauch. Das war echt schwer. Bisschen Verantwortung zeigen muss man schon. Bisschen viel, vor allem wenn es das eigene Kind ist. Bisschen viel, vor allem wenn es das eigene Kind ist. Bisschen viel, vor allem wenn es das eigene Kind ist. Mh-hm. Mh, mal rein. Ahh. Jetzt kommen wir zu Sam. Okay, das gibt's in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zur nächsten Folge. Bye-bye.